hey ich zeige euch mal wie einfach in tesla die navigation funktioniert über das rad hier aktiviert man die sprachsteuerung und sagt die adresse navigiere zu skizauber in wald und schon geht's los alternativ dazu wenn ihr zum beispiel euer handy benutzt und die adresse schon rausgefunden habt könnt ihr diese ganz leicht über die teilen funktion mit eurem tesla teilen das geht zum beispiel so wir müssen jetzt die schieße wieder zurückbringen hier gibt es ein teilen button das tesla symbol müsst ihr euch sozusagen hier rein konfigurieren über mehr damit es weiter vorne ist ich drücke auf tesla und schon geht's zu skizauber